So, herzlich willkommen zur neunten Folge. Zur neunten Ausgabe, genau, korrekt. Mal Festival. Schneller als gedacht. Ja, rucki zucki. Haben wir wieder mal einen neuen Podcast gelauncht und sind schon wieder fast in der zehnten Folge. Und heute ist es ein unfassbar wichtiges Thema. Heute geht es um das Thema Personal. Also nicht unbedingt im Vorfeld in unserem Team, was quasi mit der Planung beschäftigt ist, sondern Personal on-site auf dem Event. Wo bekommt man das her? Wie viele Leute braucht man? Was müssen diese Leute können? Was müssen diese Leute ausmachen? Wie wichtig ist es eigentlich, gute Leute zu finden dafür? Was sind unsere Learnings von letztem Jahr? Was bieten wir dieses Jahr? Welche Positionen gibt es dieses Jahr? Und wie kann man vielleicht sogar dieses Jahr mitwirken? Also alles heute im Podcast mit dem Thema Personal. Ja. Viele sind vielleicht selbstständig von euch. Arbeitunternehmen. Ihr kennt es, wie wichtig Personal ist. Jeder beschwert sich, dass er nicht genug qualifiziertes Personal hat. Und natürlich ist die Festivalbranche davon nicht ausgenommen. Und natürlich müsst ihr euch überlegen, Unternehmen hat 365 Tage im Jahr Zeit seiner Dienstleistung zu erwirtschaften und zu erbringen. Und bei uns muss es in drei Tagen funktionieren. Und natürlich kannst du keine Leute anstellen, die 362 Tage im Jahr nichts machen, damit sie dann drei Tage da sind. Das heißt, du musst schauen, dass du einfach eine Kapazitätsspitze, glaube ich kann man das nennen, hast, dass dein Team sich plötzlich verfünffachen, versechsfachen, verzehnfachen muss für drei Tage. Plus ein bisschen Aufbau und Abbau. Plus ein bisschen Aufbau und Abbau, natürlich. Also plus, sagen wir mal, eine Woche, more or less. Da gibt es auch Aufgaben, wo Leute schon früher als nur drei Tage vorher mit reinkommen. Also es ist auf jeden Fall unbeschreiblich anstrengend, unbeschreiblich intensiv. Und man unterschätzt, finde ich, wie viele Personen du brauchst, um sowas abzuwickeln. Ja, es ist halt die Frage, ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, desto mehr Personen, desto besser wird es. Also klar, irgendwann hast du einen abnehmenden Grenznutzen, dann ist es, also ob es jetzt tausend oder tausend und einzeln ist, dann egal am Ende des Tages. Aber das, was ich letztes Jahr gelernt habe, desto mehr Leute man hat, desto mehr Helfer, Helferinnen, desto mehr Leute auch Fragen beantworten können. Also es ist ja letzten Endes ein Service-Respekt. Warum, du hast doch immer mal eine Geschichte erzählt, wo du im Urlaub warst. Und in diesem Hotel war er wirklich, verglichen mit der Besucherzahl, enorm viel Personal. Fast 1-1, sage ich jetzt mal, als Beispiel. Und er kam zurück und hat nur davon geschwärmt, wie wirklich top-notch der Service war. Und letzten Endes zeigt mir das ja, oder auch letztes Jahr hat es mir gezeigt, desto mehr Leute man auch hat, desto mehr Positionen man vielleicht auch mal doppelt besetzt hat, desto weniger Leute warten müssen, desto schneller Fragen beantwortet werden, desto besser letzten Endes auch für die Performance und für die Qualität des Ganzen. Ob das jetzt nur auf uns bezogen ist, sei mal dahingestellt. Das ist, glaube ich, auch in ganz anderen Branchen der Fall. Aber deswegen, desto mehr Leute bis zum gewissen Grad, desto besser. So Punkt 1. Und Punkt 2, gerade was wir letztes Jahr halt als Feedback im Nachhinein bekommen haben, und da muss man auch mal alle Helferinnen und Helfer von uns letztes Jahr loben, es war top-notch. Also wir haben so viel gutes, positives Feedback für unsere Crew bekommen. Also nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die letztes Jahr mitgeholfen haben. Wir haben viele aus unserem Bekanntenkreis, viele, die das Thema auch schon seit ganz langer Zeit begleiten, die auch von Anfang an wussten, was passiert hier, worum geht es hier. Und das zeigt mir auch, dass gerade bei der Auswahl von Personal, auch bei einem Event oder bei einem Festival, ja, eine Genauigkeit, Sorgsamkeit und vor allem auch Prioritisierung an den Tag gelegt werden sollte, um auch letzten Endes für die Qualität zu sorgen, die wir auch haben wollen bei uns. Und wenn man jetzt mal über konkrete Zahlen spricht, letztes Jahr hatten wir, lass mich lügen, pro Tag vielleicht 30 Helferinnen und Helfer, Pi mal Daumen circa, also die an einem Tag verschiedene Aufgaben in Angriff genommen haben. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel schon 50, 55. Also das ist so die Range, in dem wir uns dieses Jahr bewegen. Natürlich hast du auch Personen, die nicht das ganze Wochenende helfen, die vielleicht auch nur mal einen Tag eingeteilt sind. Du hast dafür auch Personen, die von Anfang Aufbau bis Ende Abbau dabei sind. Unser Team zum Beispiel, der müssen natürlich die ganze Zeit dabei sein. Und das heißt, du hast pro Tag 55 Personen, die letzten Endes, ja, meistens sehr, sehr wichtige Aufgaben begleiten. Letzten Endes ist ja der Helfer oder die Helferin bei uns das erste Aushängeschild der Marke unserer Firma, letzten Endes von uns als Gründer. Das heißt, ich habe natürlich ein Rieseninteresse, dass die Leute, die da arbeiten, auch, ja, ich sage mal, Top-Leute sind. Denn wenn ich jetzt mir einen Gast vorstelle oder eine Besucherin oder einen Besucher, der quasi vielleicht im ersten Kontakt keine gute Erfahrung hat, man kennt es selber, der erste Eindruck zählt und der letzte, so nach dem Motto, dann, glaube ich, zeigt das nochmal die Wichtigkeit, die das Thema Personal auch einfach hat. Dass es einfach vom ersten Hallo, von der ersten Begrüßung bis zur Verabschiedung mit allem dazwischen einfach eine super Experience ist. Und deswegen dieses Jahr eben 55 Leute, kommt sicherlich auch davon, dass wir ja dieses Jahr das ganze Gelände eben absperren, dass man natürlich viel mehr Eingänge kontrollieren muss. Man muss viel mehr absichern, man muss viel mehr, ich sage mal, Lücken schließen, wo vielleicht Leute durch könnten, brauchen viel mehr Bänderkontrolle, viel mehr Einlass etc. Auch abends mit der Musikstage natürlich ganz neue Positionen, die wir letztes Jahr noch gar nicht hatten. Und ja, deswegen dieses Jahr auch nochmal größer, nochmal wichtiger, dass wir da auch alle Positionen besetzt haben. Was ja auch das Thema ist, wie schaffst du es, dass Leute qualifiziert sind, dass Leute, also erstmal die Leute müssen den Bock mitbringen, aber das kriegen wir hin. Das heißt, wir haben so viele, die wirklich sagen, ich brenne für dieses Thema. Mein Traum ist es, bei sowas mitzuwirken. Schon mal der erste Haken gesetzt. Aber der zweite ist, wie schaffst du es, die Expertise, die du jetzt innerhalb von einem Jahr angesammelt hast, die ganzen Punkte, die du jetzt über ein Jahr in deinem Kopf hast, der anderen Person mitzuteilen, dass die innerhalb von x Minuten, x Stunden, x Tagen von mir aus auch so viel weiß, dass sie dann an dem Tag von A bis Z über alles Bescheid weiß. Und das Thema ist ja, die Person arbeitet vielleicht an Point A, aber ihr habt ja das Recht als Besucher, alle möglichen Fragen zu stellen. Und es wäre ja auch gut, wenn sie nicht nur genau, ja, ich stehe nur hier, ich weiß nur, wie das hier läuft oder ich weiß nur, wie das hier funktioniert, wäre ja top, wenn da auch jemand A mitdenken kann und B sogar schon Sachen weiß, vielleicht die außerhalb der Position liegen. Also das ist echt spannend. Wie kriegst du diese Expertise möglichst schnell kommuniziert und wie schaffst du es, dass du diese Expertise einfach durch das ganze Team, durch die Bank hältst? Und wie schaffen wir das? Ja, wie schaffen wir das? Das ist eine gute Frage. Erstens natürlich Vorselektion, wie gesagt, wenn Leute schon mal Bock haben, dann ist das schon mal die Heilige Biete. Also bei uns ist niemand da, der keine Lust hat. Und da ist auch niemand, der da sein muss. Ja. Außer unsere Mitarbeiter vielleicht. Aber die wollen auch das. Ja, die hätten ja auch schon längst können. Das ist das Gleiche. Genau. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, es ist sowieso ein Interesse daran, jeder will, dass dieses Event das bestmögliche Event ever wird. So, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist einfach blöd gesagt Kommunikation. Also A, Leute so früh wie möglich abholen. Und B, möglichst viele Guidelines schaffen. Möglichst viele, ob das, wir haben letztes Jahr Video-Schulungen gemacht, so nach dem Motto, 1-zu-1-Gespräche. Briefings. Briefings. Möglichst viel Kommunikation, möglichst viel Material. Dass man, ich will nicht sagen, dass es perfekt war letztes Jahr. Es wird dieses Jahr auch nochmal deutlich, gerade deutlich professioneller. Ja, letztes Jahr war gar nicht alles andere als perfekt, fairerweise. War schon sehr gut, aber waren eine Menge Punkte, die wir dieses Jahr auf jeden Fall besser machen werden. Woraus wir auch gelernt haben. Und muss man auch nochmal fairerweise sagen, wo viele Helfer auch sehr gutes Feedback gegeben haben. Natürlich, wenn ein Helfer morgens oder eine Helferin morgens dorthin kommt und dann natürlich den gewissen Ablauf von außen mal sieht, da haben wir sehr von profitiert, dass diese Leute uns dann im Nachhinein gute Sachen, schlechte Sachen einfach gespiegelt haben, die wir dann dieses Jahr entweder genauso weitermachen, ausbauen oder besser machen. Und deswegen bin ich mir auch zu 100% sicher, dass es dieses Jahr in der Kommunikation nochmal besser wird, sodass auch, ja, letzten Endes auch, wenn eine Person nur vier Stunden zum Beispiel eine Schicht übernimmt, die genauso gut da über alles gebrieft ist, als wenn fast wie wir drei, die hier tagtäglich von morgens bis abends mit diesen Themen zu tun haben. Also da bin ich 100% von überzeugt. Ja. Und ich fand es letztes Jahr auch, muss man einfach mal sagen, ich war wirklich positiv überrascht oder fast geflasht, wie gut unser Team das abgerissen hat. Also wie gesagt, das sind Leute, die haben einen Fulltime-Job, die haben irgendwie fünf Kinder zum Teil, die sind, weiß ich nicht, extra aus anderen Ländern hier reingeflogen, um uns zu helfen und haben dann so abgerissen ihre Position, haben dann selbstständig die Sachen, die Position weiterentwickelt und Entscheidungen getroffen. Und du kamst dann hin und dachtest so, was auch immer der da macht, Hammer, richtig gute Idee, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und unterm Strich habe ich nach dem Event so gedacht, boah, also darauf konnte man einfach nicht bauen, dass das so passiert. Man muss damit rechnen, dass Menschen ultra viele Fehler machen, weil sie zum ersten Mal das machen, irgendwie aufgeregt sind, nervös sind, unzuverlässig sind. Aber das war echt krass letztes Jahr. Deshalb freue ich mich schon, was dieses Jahr unser Team, wenn es sich fast verdoppelt, alles auf die Beine stellen wird für euch. Wir haben viele Sachen getestet letztes Jahr, zum Beispiel VIP-Concierge. Der kam extrem gut an, dass Leute richtig coole Wünsche dann äußern konnten, die sofort erfüllt wurden, Wünsche von den Lippen abgelesen wurden, dass wir dieses Jahr wieder kommen. Wir versuchen natürlich überall für euch, diesen Service zu ermöglichen, an jedem Ort, an jedem Punkt, an jeder Dienstleistung. Wollen dann aber natürlich auch gewährleisten, dass das funktioniert, dass die Person dauerhaft da sein kann, dass es einfach realistisch ist. Das ist unser Struggle, wie viele Personen planen wir wo, wie ein. Weil ihr müsst euch vorstellen, klassisches Thema ist jetzt abends. Wenn man im VIP-Bereich sitzt und da oben in der Lounge ist, dann will ich was bestellen. Wenn ich eine Flasche bestellen will, dann brauche ich jemanden, der die Flasche aufnimmt. So, wenn gerade jemand bei der Person 1 eine Flasche bestellt, gibt es dann noch eine zweite Person, gibt es noch eine dritte Person, wie lange kann man warten? Dann müssen wir das ausrichten. Okay, dann hat die eine Flasche bestellt, dann muss die Flasche ja auch irgendwo herkommen. Die muss ja irgendwo gekühlt sein, die muss ja aber, bevor sie gekühlt wurde, muss sie ja schon längst irgendwo bestellt sein, angeliefert, angenommen, eingelagert, gekühlt. Dann müsst ihr da Listen geben, was alles da ist. Also ihr merkt, wie viel dahinter steckt, wie viele Menschen da schon überhaupt was machen müssen, bevor man überhaupt eine Flasche bestellen kann. Und da muss sie ja noch angeliefert werden, da muss ja auch kommuniziert werden, was wurde bestellt, wie kann man das dann, also klar, wenn ich einen Club besitze, dann mache ich das den ganzen Tag. Mache ich jeden Tag nichts anderes, dann ist das mein Business, dann habe ich 20 Baustellen, aber die habe ich halt gelöst. Aber für uns ist das ja, keiner hat Erfahrung da drin und dann muss es in drei Tagen perfekt ablaufen. Wir haben keine zwei, drei Tage Zeit, uns in die Abläufe reinzufinden, weil dann ist das Event vorbei. Und das finde ich einfach so spannend, diese Intensität, diese Kurzfristigkeit, dass es einfach einen Erfolgsdruck, einen Erfolgszwang gibt, weil no time to lose. Und wenn das dann ineinander greift und das so schnell wie letztes Jahr, das ist dann schon echt spektakulär. Das ist echt cool, wenn sowas klappt. Ja und deswegen ist es auch so wichtig, dass es Leute sind, auf die wir uns zu 100% verlassen können. Punkt eins, denen wir auch zu 100% vertrauen und die im besten Fall auch zu 100% die, wie nenne ich es, kognitive Möglichkeit, Capacity, Fähigkeit mitbringen, diese Sachen eigenständig zu entscheiden und einen Top-Service zu liefern, auch wenn sie vielleicht sonst nicht in diesen Bereichen arbeiten, respektive mit diesen Bereichen Berührungspunkte haben. Und ich erinnere mich gerne an ein Beispiel an einen sehr, sehr guten Bekannten von uns, der Bjarne, der letztes Jahr die Crew quasi organisiert hat, der geguckt hat, wann die Leute in die Pause gehen, brauchen die Leute was, läuft hier alles, ist hier alles gestackt, quasi die Festivalbänder etc. Und Bjarne hat, glaube ich, sowas noch nie in seinem Leben gemacht, aber er hat einen Weltklasse-Job da abgeliefert. Er hat es den kompletten Laden quasi am Laufen gehalten und auch schön zu sehen, wie dann Leute über sich hinaus wachsen. War natürlich ein ultra anstrengendes Wochenende. Ich weiß nicht, 100.000 Schritte pro Tag gegangen. Da habe ich jeden Tag einen Marathon gelaufen. Ja, es war cool. Das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Die Schmerzensgeld-Klage ist schon reingeflattert. Nein, Spaß. Und da sieht man einfach, wenn Leute wirklich unfassbar Bock haben, sich diesem Thema zu widmen, auch, wie gesagt, den nötigen Gehirnschmalz mitbringen, um diese Themen auch umzusetzen, dann ist es halt einfach ein riesengroßer Unterschied, ob du über eine, ich nenne es jetzt mal, Personalvermittlungsagentur zu, lass es 35 Euro die Stunde am Sonntag sein, Leute einkaufst, das soll jetzt auch nicht abwerten, nicht disputierig gemeint sein, Leute einkaufst, die am Tag davor noch auf einer Süßigkeitenmesse waren, die kommen am Sonntag dann zu uns, stellen sich da hin, kommen von 10 bis 18 Uhr, haben keine Ahnung von gar nichts, wissen nichts, ihnen ist es vielleicht auch einfach egal, sie kriegen ihr Geld und gehen wieder nach Hause. Das ist halt einfach ein meilenweiter Unterschied. Und natürlich haben auch wir Positionen, die wir mit Personaldienstleistern füllen, wo wir auch auf externe Kapazitäten zurückgreifen, aber gerade diese wichtigen Positionen, wie du gerade genannt hast, wo man wirklich aktiv mit Kunden und Kundinnen Kontakt hat, mit Besucherinnen und Besuchern, wo B2B-Kontakte ins Spiel kommen, wo es einfach darum geht, hey, wir brauchen ein Fingerspitzengefühl, wir brauchen Leute, die nachdenken können, wir brauchen Leute, die charmant sind, wir brauchen Leute, die auch unsere Marke letzten Endes repräsentieren und da habe ich ein deutlich besseres Gefühl, wenn ich da jemanden einsetze, der aus meinem Bekanntenkreis kommt, wo ich weiß, seit fünf Jahren weiß der genau, wofür ich arbeite, was ich hier mache, der war letztes Jahr dabei, der ist dieses Jahr dabei und der weiß ganz genau, was zu tun ist und selbst wenn er es nicht weiß, dann weiß ich, in einer Stunde wird er es wissen und das ist, glaube ich, ein Riesenzugewinn und deswegen freue ich mich auch riesig, dass wir uns auch dieses Jahr wieder entscheiden, so viel wie möglich mit diesen Menschen abzubilden. Vom Team-Spirit mal ganz zu schweigen, also ich habe heute mit jemandem geschrieben, der meinte, hey, ich habe selten so einen Vibe gespürt, wie letztes Jahr im Team und wie gesagt, da sind Freundschaften entstanden zwischen einzelnen Personen, da haben sich Leute das erste Mal getroffen, es war, man hatte eine gemeinsame Mission und ich glaube, das ist auch enorm wichtig für einen Veranstalter, für uns in diesem Fall oder Veranstalterin, dass man diese Mission auch kreiert, dass man diesen Vibe kreiert, dass die Leute da auch bereit sind, alles zu geben und entsprechend da auch, ja, ich sage mal, sich richtig reinzuhauen. Vor allen Dingen, um mal eine Sache noch hervorzuheben, Daniel letztes Jahr hat bei uns, ihr erinnert euch, die mit einem Supercar gekommen seid, ihr kommt da hin und da gab es eine Person, die musste eigentlich das Unmögliche möglich machen, die musste den Verkehr sozusagen sich anschauen, musste sehen, okay, hat der ein VIP-Ticket, dann geht es entweder hier runter, ist es VIP und Supercar, geht es hinten auf den Parkplatz, ist es normaler sozusagen Sportwagen, dann kann er entweder auf den Parkplatz hinten durchfahren oder vielleicht hier vorne auf die Seitenparkplätze fahren. Gleichzeitig aufpassen, dass niemand irgendwie so vorbeifährt, dass keine Menschen auf die Straße laufen, dass jeder weiß, wohin muss. Plus, es ist sozusagen ein Supercar, was kein VIP-Parking-Ticket hat, kann es ja trotzdem weiterfahren und das waren, es waren 40 Grad, es gab da kein Schatten, kann gar nichts und er hat das so abgerissen, es ist unbeschreiblich und in Sekunden schneller gecheckt, die Leute haben sich abgeholt oder abgeholt gefühlt, die Leute hatten richtig Spaß, die wussten genau, wo es hingeht und dann kamen die Leute beim Supercar-Parking an und dann gab es ein Team von uns, das die Leute auch empfangen hat, der gesagt hat, hey, ich habe da vorne links einen Parkplatz, das weiß ich noch, ich begleite dich da hin und dann kommen Leute, VIP-Gäste zu mir aus dem Festival und sagen, sag mal, da wurde ich eben richtig in den Parkplatz gewunken von einer richtig netten Mitarbeiterin von euch, ich muss sagen, da bin ich schon mit so einem Grinsen aufs Event gekommen und das fand ich einfach geil und dachte mir so, boah, zwei richtig schwierige Jobs da draußen und die Leute kommen mit dem Grinsen an, ist es wirklich nicht einfach und das ist genau das, dass man das versteht, dass man sagt, wann muss ich hier aufs Gas gehen, wann muss ich mich intensiver mit jemandem kümmern oder bei mir zum Beispiel kam jemand, der das VIP-Parking nicht gefunden hatte und war dann, da habe ich irgendwo abgefangen und dann war er etwas irgendwie ein bisschen nervös, weil er irgendwie einen Termin mit jemandem hatte und dann habe ich aber gesagt, komm, ich setze mich jetzt hier rein mit dir und dann fahren wir da zusammen hin, genau, er hat es aber gesagt, du setzt dich jetzt hier rein, wir fahren jetzt zusammen hin. Ich habe gesagt, alles klar, da muss man einfach die Spontanität haben, sagen, jo, ich habe jetzt zwar was zu tun, aber ich setze mich jetzt hier rein und fahre ich mit dem da hin, habe mir das gezeigt, gesagt, hier sind sie, here we go, hier ist ihr Band, können sie abholen, hier finden sie das und der war richtig toll drauf, denn, haben wir in der Uni gelernt, wenn jemand kurz irgendwie mit einem Produkt ein Problem hat oder eine Frage, Beschwerde und man ihm dann hilft, dann ist der glücklicher, als wenn er einfach nur eine gute Leistung bekommen hätte, also dadurch, das nennt man irgendwie Beschwerdeparadoxen oder sowas und deshalb, wenn man da einen guten Service anbietet, das ist bei uns in jeder Dienstleistung, die wir unter dem Jahr machen, der Fall und natürlich bei Meil in Extrem, das ist unser Anspruch und bitte gebt uns da Feedback, ob das so funktioniert, wir geben uns Mühe, jeder Mitarbeiter gibt sich Mühe, jede Mitarbeiterin gibt sich Mühe und ich bin sehr gespannt, wie hoch wir die Messleiste dieses Jahr setzen können bei dem Thema. Dito, Dito, Dito und dadurch, dass wir halt dieses Jahr so viele Leute brauchen, haben wir uns dieses Jahr auch dazu entschlossen, einen öffentlichen Aufruf zu starten, das ist ja bei ganz, ganz vielen Festivals der Fall, ob das Hurricane, Schieß mich tot, also es gibt ja, es gibt genug Festivals, es gibt kaum ein Festival, was es nicht macht, um es mal so auszudrücken und zwar haben wir generell unterjährig schon so, so viele Fragen bekommen, hey, ich finde es so cool, was ihr macht, ich finde den Spirit einfach so cool, ich möchte ein Teil eines großen Ganzen sein, was hier auf die Beine gestellt wird, ein Teil einer, ja man kann schon fast sagen, vielleicht Bewegung sogar, ohne es irgendwie negativ meinen zu wollen und dieses Jahr haben wir uns dazu entschlossen, dass wir auch ausgewählten Personen die Chance geben, ein Teil des Teams zu werden, dass wir eben quasi dieses, diese Gruppe öffnen, in Anführungsstrichen, dass man sich bewerben kann, um letzten Endes auch während des Festivals, wie du schon gesagt hast, einen Blick hinter die Kulissen von so einem Groß-Event, so einer Großveranstaltung erzielen zu können oder sehen zu können und haben uns eben dieses Jahr überlegt, dass wir gerne, ja, ein cooles Package anbieten, bestehend aus einem All-Weekend-Pass, dass man quasi dann nach erfolger Schicht auch entweder abends mit uns feiern kann oder auch am nächsten Tag, wenn man zum Beispiel nicht mehr arbeitet, dann nochmal in Ruhe das Event besuchen kann und natürlich auch Verpflegung den ganzen Tag über einer wirklich sehr, sehr coolen Post-Mile-Helfer-Party, die Helferinnen-Helfer-Party, die dieses Jahr auch wieder stattfinden wird, genauso wie, ja, einfach ein Team, was letzten Endes vor Good Vibes nur so sprüht, also es war letztes Jahr, glaube ich, für alle Beteiligten eine super coole Erfahrung und da haben wir uns entschlossen, dass wir auch ein paar Fans dieses Jahr die Möglichkeit geben, damit ins Team zu kommen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Interesse habt, an diesem Wochenende vielleicht flexibel seid, auch beim Aufbau, zum Beispiel Mittwoch, Donnerstag schon, supporten möchtet, dann meldet euch gerne per E-Mail, per DM bei uns, schreibt uns einfach fix, dann können wir das bei uns einplanen, wir können mit euch kurz sprechen, welche Position die richtig ist, können wir auch nochmal vielleicht sagen, zwei, drei Positionen, die spannend sind und dann würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ein paar Leute von euch die Chance wahrnehmen und dieses Jahr nicht nur von außen Mile 23 sehen können, sondern von innen aus dem Auge des Taifuns, Tornados. Des Mile-Tornados, ja. Ja, das ist ja auch immer unser Traum, deshalb machen wir auch das hier, wir wollen ja nicht irgendeine Dienstleistung hier im dunklen Kämmerchen zusammen schustern und die euch dann zeigen, nach dem Motto, kommt oder lasst es bleiben, wir wollen ja euch so tief, wie es geht, hier mit reinnehmen, euch die Möglichkeit bieten, ein Teil davon zu sein, deshalb gibt es ja auch den Podcast, das gibt es ja auch auf Instagram den direkten Kontakt. Ich freue mich so auf die Kontakte, die, sag ich mal, dadurch entstehen. Letztes Jahr zwei Personen, die geholfen haben, sind einfach jetzt angestellt bei uns, also die sind fest im Team, weil die so einen Raketenjob gemacht haben letztes Jahr, dass sie gesagt haben, hey, mit denen müssen wir länger zusammenarbeiten. Wir haben zwischen unseren Helfern und anderen Kontakte vermittelt, wir haben Personen, die uns letztes Jahr vor Ort angesprochen haben, mit denen haben wir jetzt andere Geschäftsideen zusammen ausgetüftelt und schon Projekte zusammen gemacht. Also das ist einfach das, da geht mir auch das Herz auf, wenn man so in der Community euch mit da reinzieht, so viel es geht und miteinander lebt. Jetzt hat mich jemand angeschrieben, hey, wir würden gerne mit 30 Bikes kommen, können wir da irgendwas Cooles zusammen machen. Also das ist echt mega, mega nice. Und ja, Position, du hast es angesprochen. Ich denke da an verschiedenste Themen. Also einer vielleicht das Thema mit Künstlern. Abends ist da im My Music Circuit die Hölle los. Das heißt, es gibt da Künstler, die angekommen, sozusagen begrüßt werden müssen. Es gibt Shuttle-Thematiken, Künstler sozusagen abgeholt werden müssen. Backstage-Bereiche. Backstage-Bereiche. Es gibt irgendwie hinter den Bühnen Thematiken. Also jetzt nicht, dass ihr irgendwas Technisches können müsst. Da ist natürlich immer Fachpersonal vor Ort. Aber gerade dieses Thema Catering auch helfen für Special-Kunden. Dann gibt es das Thema, was hattest du noch angesprochen eben? Also wenn man mit dem Bereich Supercars arbeiten möchte, gibt es einen Supercar-Parken-Bereich von Begrüßung der Fahrzeuge, Überstellung, Einweisung etc. Einfach mit den Leuten kommunizieren, mit den Autos kommunizieren, beziehungsweise die Autos anschauen, mit den Autos interagieren. Das auch für alle, die im Bereich Auto sehr, sehr affin sind und interessiert sind, glaube ich, ist das die richtige Position. Wie gesagt, Thema VIP ist ein Riesenthema für alle, die gut mit Menschen umgehen können, die sehr serviceorientiert sind, die vielleicht auch gerne Gastgeberinnen, Gastgeber sind, die einfach sich sehr wohl damit fühlen, Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Ist das vielleicht die richtige Position? Ob das jetzt VIP-Concierge ist oder VIP-Check-In, Infocounter etc. Also da gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten, mit wirklich tollen, spannenden, interessanten Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen. Speaker-Management zum Beispiel, Speaker begrüßen, Speaker quasi auch eine gute Zeit bereiten, letzten Endes für Fragen zur Verfügung zu stehen etc. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und ein wirklich signifikant wichtiger Teil von Myel zu sein. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, gerne auf uns zukommen, dann quatschen wir mit euch, wo ihr mit euren Stärken, euren Schwächen gut eingesetzt seid und ja, würden uns riesig freuen, ein paar von euch als Teil des Teams auch begrüßen zu dürfen bei uns. Ja, was mir noch einfällt, ist das Thema Content Creation, da schreiben wir uns enorm viele, wirklich viele, Foto und Video. So, ich gucke mir das alles an, wir können nicht mit jedem zusammenarbeiten, logischerweise, wir haben auch schon ein festes Team, aber man kann es ergänzen, wenn es da Talente gibt, die sagen, hey, ich habe Bock euch mal was zu zeigen, was ich drauf habe, dann schreibt uns gerne, wir gucken uns das Ganze an. Ja, wichtig ist da bitte immer Setcards oder Dropbox-Links, WeTransfers, etc., Instagram-Profile mitschicken, damit wir uns auch einen Einblick machen können von eurem Tun und Schaffen, an welchem Level steht ihr, es gibt Creator, die uns anschreiben, die sind noch sehr jung, es gibt schon sehr erfahrene Creator, ist natürlich letzten Endes einfach eine Frage der Erfahrung, der Qualität, also da immer gerne eure, ja, so zwei, drei Videos, Reels, etc. mitschicken, dass wir uns einen Einblick über eure Skills verschaffen können und wir sind da super happy, neben unserem Team mit ein, zwei Leuten noch zusammenzuarbeiten, um halt zu gucken, ob die dann im nächsten Jahr vielleicht fest im Team sein können, hatten wir im letzten Jahr auch so gemacht und dieses Jahr arbeiten diese Personen dann fest bei uns im Team, also wäre, glaube ich, eine coole Geschichte. Ja, also ich denke, wir haben schon viel abgerissen, zu dem Thema und ich würde sagen, es wird so oder so eine heiße Nummer, egal wie, egal wie viel wir im Vorhinein machen, es wird immer richtig Action vor Ort, wird immer Dynamik, aber darum machen wir das ja auch, weil wir das brauchen anscheinend, weil ein Bürojob nicht gereicht hat und genau, meldet euch, wenn ihr Lust habt, wenn ihr jemanden kennt, der Lust hat oder die und dann schauen wir mal, sehen wir uns im Mai. Ja. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch und bis bald. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Vielen Dank.